Informa 2019 vom 27. bis 29. April in Sulingen, die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren. Wir haben heute für die Blechblasen für das Highlight am Samstagabend Werbematerial und Werbebanner aufgestellt, damit wir den Kartenverkauf jetzt nochmal anschieben können. Wo die Werbemaßnahmen jetzt erst gestartet sind, haben wir bereits 300 Karten schon verkauft. Die Blechblasen sind bekannt von dem Konzert aus 2017, sie spiegeln Weihwischenrock und die Schalsrohrgründer. Karten sind zu bekommen, einmal online über die Homepage der Informa unter www.informa-sulingen.de, bei der Buchhaltung Olmspiegel in der Langstraße in Sulingen, bei der Volksbank Sulingen und bei Leimann-Borstabend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017